Ja, hallo zusammen, hier ist wieder Jim Galaxi und ich checke hier im Music Store Hier gibt es unterschiedliche Instrumente und das ist z.B. eine Getzen Getzen Eterno 2 700 Wow Das ist von Nino, der Kollege super geil, super geil wie Nino, der Dino Ja, und er hat mir das mit jedem zu probieren, ich probiere das jetzt mit Klassisch Ja, und ich spiele von der Mitte diese Love Story Ja Ja, und ich spiele von der Mitte diese Love Story Ja, und ich spiele von der Mitte diese Love Story Ja, und ich spiele von der Mitte diese Love Story Ja, fantastische Trompette, ich höre sie super an. Ketzen, Eterna 07, Eterna 2, kostet gerade 1400 oder 500 Euro, ist bestellbar, also Music Store. Ich probiere jetzt eine andere Trompette, oder ich spiele mal auf Eterna jetzt mal Caravan. Ich mache das immer auszuprobieren, wie gut ist das im hohen Register dieses Instrument. Und das probieren wir jetzt. Also das ist Schilke 13 A, das ist eins. Und jetzt ist hier, das ist Schilke 12 A, 4 A. Und dann spiele ich das Caravan. Musik 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 Wow Geht voll ab Ein anderes Instrument und das ist Bach Äh Jo Also Versilbert Kostet 1555 Euro In Musikstore in Köln Das mit klassischen Stückenmarken Wenn ich hier aus Gebeti-Lav-Story Und das schön die Melodie ist Wow, das fühlt sich super an. Ja, spiel ich mal eine andere Trompette da drauf, eine Yamaha wie bei. So, gucken wir mal. Das ist Yamaha G04, also 8, 3, 3, 5, G04. Kostet 1.000, 2.200 Euro. Ja, sowas kann sein. Hier spiel ich an, auch mit dem Mundstuhl. Oh, ja. Das fühlt sich auch gut an. Na ja, versuche mal Caravan drauf zu spielen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wow. Wow. Also mit dem Mundstuhl hört er sich fantastisch an. Das ist der Schirke 12A, 4A. Und das ist die Trompette Xenon. Übrigens Xenon Yamaha. Das kostet 2.200 Euro. Ja, also 8, 3, 3, 5, G02. Ja, viel Spaß. Bis bald, ne. Bis bald, ne. Vielen Dank.